Schwäbisch Hall. Nicht nur die beste Adresse zum Einkaufen in der Region, sondern auch die besondere Gelegenheit, shoppen und bummeln mit Kultur, Genuss und Entspannung zu kombinieren. Erreichen Sie Schwäbisch Hall im Auto. Mit unseren fünf Parkhäusern, vier Parkplätzen und vielen anderen Parkmöglichkeiten ist immer ein Plätzchen frei. Von jedem Parkplatz aus sind Sie maximal fünf Gehminuten von Ihrem Ziel entfernt. Und das Beste? Viele Geschäfte erstatten Ihnen beim Einkauf die Parkgebühren. Auch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kommt schnell ans Ziel. Viele zentrale Haltestellen und ein ausgeklügelter Fahrplan machen es möglich. Großstadtfeeling bietet sich dem Besucher beim Streifzug durch das moderne Kocherquartier. Bekannte Markenläden laden hier zum ausgiebigen Shoppen ein. Nur wenige Meter entfernt erleben Sie bei einem Bummel durch die historischen Gassen das besondere Flair von Schwäbisch Hall. Unzählige Einzelhandelsgeschäfte vom Schuhmacher über Optiker und Reisebüros bis hin zu Modeboutiquen bieten alles, was das Herz begehrt. Individuelle Beratung und Betreuung sind hier selbstverständlich. Der historische Marktplatz lädt die meiste Zeit zum Verweilen, sich Treffen und Entspannen ein. Mittwochs und Samstags findet hier der große Wochenmarkt statt. Genießen Sie das Schlendern durch die vielen Marktstände und entdecken Sie die frischen Produkte aus unserer Region. Außerhalb der Innenstadt warten die Handelszentren Ost und West mit großen Elektromärkten, Möbel- und Modehäusern sowie Supermärkten und Drogerien auf. Wer seinen Einkaufsbummel mit Kultur verbinden will, für den bieten sich Museen, mittelalterliche Kirchen oder die Kunsthalle Wörth an. Zur Stärkung und Entspannung zwischendurch lädt eine Vielzahl charmanter Straßencafés ein. Im Stadtpark, nur wenige Meter von der Innenstadt entfernt, kann man in der Natur, abseits vom Trubel, einfach mal die Seele baumeln lassen. Erlesene Weine, lokal gebrautes Bier, Hohenloher Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten. Lassen Sie den Einkaufstag genussvoll ausklingen, zum Beispiel mit einem Dinner über den Dächern von Schwäbisch Hall.